Wenn du an Unrecht leidest oder auch selbst im Privaten, wenn alles schief läuft. Du denkst so schnell, Allah hat uns verlassen, er liebt uns nicht mehr. Und Allah sagt hier, er ist Al-Wadud. Nicht nur er liebt dich noch, sondern Al-Wadud ist diese niemals aufhörende Liebe. Wir müssen jetzt aktuell nicht denken, dass Allah China liebt und dass er die Uiguren verlassen hat. Ganz mit Sicherheit nicht. Wenn das Leben schwer wird, das ist normal. Sorgen musst du dir dann machen, wenn du dich völlig von der Religion und von Allah abkehrst. Aber die Frage ist, wenn Allah uns liebt, was nützen wir am Ende Allah? Das ist eine ganz häufige Frage, warum hat Allah uns überhaupt erschaffen? Aber Allah gibt einen Hinweis im Koran. وَهُوَ الْرَفُورُ الْوَدُودِ Und er ist der Allvergebene, der Liebevolle. Das ist ein überraschender Vers im Kontext von der ganzen Sura. وَهُوَ الْرَفُورُ الْوَدُودِ الْوَدُودِ, der Liebevolle, das kommt von وَدَ Wad bedeutet Liebe, aber nicht nur Liebe im Sinne von einem romantischen Gefühl. Liebe in diesem Sinne, dass du Freude darüber empfindest, wenn demjenigen, den du liebst, wenn ihm etwas Nützliches passiert. Oder wenn er sich freut, dann freust du dich mit ihm. Das ist Wadud. Wadud ist eine Liebe, die nicht aufhört. Sie packt dich und lässt dich nicht mehr los, aber auf eine schöne Art. Zwei Verse davor hatten wir Batsch, dieses Zupacken von Allah, wenn er Unrecht ausgleicht. Aber Wad ist eine Liebe, die dich einfach fesselt. Also sie hört quasi nie auf. Das ist Wad. Al-Wadud kommt nicht so oft vor, dieser Name im Koran. Und das ist überraschend an dieser Stelle. Warum ausgerechnet hier? Dieses Soda wurde offenbart in einer Zeit, wo die Gläubigen es unendlich schwer hatten. Und in diesen Zeiten kommt immer der Gedanke, Allah hat uns verlassen, er liebt uns nicht mehr. Das ist immer. Allgemein, wenn du an Unrecht leidest oder auch selbst im Privaten, wenn alles schief läuft. Du denkst so schnell, Allah hat uns verlassen, er liebt uns nicht mehr. Und Allah sagt hier, er ist Al-Wadud. Al-Wadud. Nicht nur er liebt dich noch, sondern Al-Wadud ist diese niemals aufhörende Liebe. Diese Liebe verbunden mit einer Freude, wenn du dich freust und wenn dir etwas Nützliches passiert. Das Kriterium für Allahs Liebe war nie, dass du ein leichtes Leben hast. Liebe zeigt sich durch etwas anderes. Sie zeigt sich dadurch, dass er dich zu diesem Glauben geführt hat und er gibt dir Verständnis von dieser Religion und die Stärke durchzuhalten. Das ist die Liebe von Allah. Das hat er den Gläubigen in dieser Soda gezeigt. Dadurch zeigt sich die Liebe. Nicht dadurch, dass sie in letzter Sekunde gerettet wurden. Das ist nicht das Zeichen von Allahs Liebe. Allahs Liebe hat sich dadurch gezeigt, dass er ihnen diese Religion gegeben hat und sie haben trotz dieser harten Prüfung durchgehalten. Jetzt siehst du, wow, Allah hat diese Leute geliebt. Hätte er sie in letzter Sekunde gerettet, kann sein, dass er sie liebt und es kann auch sein, dass er sie nicht liebt. Das hat gar nichts zu sagen. Aber dadurch, dass er sie nicht gerettet hat, sondern er hat ihnen Geduld und Standhaftigkeit gegeben, trotz dieser Prüfung haben sie festgehalten. Jetzt weißt du sicher, diese Leute hat Allah geliebt. Das ist unmöglich, dass er sie nicht geliebt hat. Das, was er ihnen gegeben hat, das gibt er nur jemandem, dem er liebt. Er ist dieser, der Liebevolle. Das ist Allahs Liebe. Die Gläubigen sehen einen schmerzhaften Tod vor ihren eigenen Augen. Das heißt nicht, dass er sie nicht mehr liebt. Das heißt es nicht. Wie viele Nationen von Tyrannen gab es in der Geschichte? Und er hat sie manchmal gerettet in kriegerischen Auseinandersetzungen. Eine tyrannische Nation gegen eine andere und er hat eine von ihnen gerettet und groß gemacht und das Leben genießen lassen. Wie viele? Das hat keine Bedeutung. Das hat keine Bedeutung. Das ist kein Zeichen dafür, dass er sie liebt, wenn er sie einfach machen lässt. Wir müssen jetzt aktuell nicht denken, dass Allah China liebt und dass er die Uiguren verlassen hat. Ganz mit Sicherheit nicht. Das muss nicht deine Sorge sein. Wenn das Leben schwer wird, das ist normal. Das geht jedem so. Du wirst einfach geprüft und das passiert allen Menschen. Das ist dem Propheten, das passiert allen vor ihm und allen nach ihm. Sorgen musst du dir dann machen, Sorgen musst du dir wirklich machen, wenn du dich völlig von der Religion und von Allah abkehrst. Interessiert dich alles nicht. Allahs Grenzen, Allahs Gebote, alles ist dir egal und jetzt läuft es gut. Das ist Alarmstufe Rot. Das ist Alarmstufe Rot. Wenn du dich von der Religion abwendest und dein Leben läuft sehr leicht, dir werden die Tore zu allem geöffnet. Du wirst mit Reichtum überschüttet und allem. Das Leben ist jetzt ganz easygoing. Das ist ein Alarmzeichen. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass Allah dich in diesem Zustand lässt. Wenn er dich zurückholt, indem er dir alles wegnimmt auf dieser Welt. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Aber wenn er dir die Tore öffnet und du genießt das Leben und genießt und genießt bis zum Schluss und du bleibst einfach in diesem Zustand. Das ist das, wovor du dir Angst, wovor du dir Sorgen machen musst. Das ist der einzige Fall, wo du dich auf einen sicheren Untergang vorbereiten musst. Der tritt wann ein? In einem Fall, wo das Leben gut läuft. Und zwar dann, wenn es gut läuft und du dich völlig von ihm abkehrst. Dann musst du dir Sorgen machen, dass er etwas gegen dich geplant hat. Noch etwas zu Al-Wadud. Al-Wadud ist der eine, der geliebt wird. Als gäbe es quasi nur diese eine vollkommene Liebe. Allah ist derjenige, den du vollkommen lieben kannst, mit vollkommener Liebe. Jede Liebe hier in dieser Welt, sie hat immer so ein kleines Element von Schmerzen. Entweder wenn sie weg geht. Manchmal auch, wenn es dir selber wehtut, wenn du Schmerzen innerhalb der Familie erlebst oder beobachtest. Denken wir mal an den Propheten, an die Leute, die ihn bekämpft haben und die gut mit ihm waren vorher. Sein eigener Onkel, Abu Lahab, das war sein Nachbar in Makkah. Und man kann sich vorstellen, sie hatten jahrelang gute Beziehungen. Und dann verliert er seinen kleinen Sohn. Und sein Onkel, sein Nachbar, bekommt das mit und läuft jubelnd durch die Straßen. Er freut sich darüber, dass sein Neffe seinen Sohn verloren hat. Wie weh muss ihm das getan haben? Liebe hier in dieser Welt kommt immer mit. Du zahlst immer einen kleinen Preis in Form von Schmerzen dafür. In allem. In Form von Sorgen. Manchmal auch in Form von Enttäuschung. Auf alle möglichen Art und Weisen. Allah ist der Einzige, dessen Liebe vollkommen ist. Sie sticht dich niemals. Es gibt nur einen, dessen Liebe niemals wehtun. Das ist die Liebe zu Allah. Er ist Al-Wadud. Das ist auch eine Lehre aus dieser Geschichte. Man liebt so unendlich viele Dinge hier, an die man sein Herz hängt. Aber es gibt nur eine vollkommene Liebe. Das ist die Liebe zu Allah. Er ist der Allvergeben und der Liebevolle. Er ist nicht nur der Liebevolle, er ist Al-Rafur dazu, der Allvergebene. Jede Liebe unter den Menschen hat immer auch einen kleinen Nutzen für uns selber. Das Kind liebt seine Mutter, aber es bekommt auch etwas von der Mutter. Und der Mann auch gegenüber seiner Frau. Das ist auch eine Liebe. Ja, das ist eine Liebe, aber man hat auch immer einen Nutzen daraus. Selbst der Mutter gegenüber dem Kind. Auch sie hat eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber dem Kind. Ein kleines Element von diesem Nutzen, von dieser Liebe ist immer mit enthalten. Aber die Frage ist, wenn Allah uns liebt, was nützen wir am Ende Allah? Allah ist Al-Wadud uns gegenüber, aber was nützen wir ihm? Das ist eine ganz häufige Frage. Warum hat Allah uns überhaupt erschaffen? Aber Allah gibt einen Hinweis im Koran. Allah nützen können wir natürlich nichts. Wir können nicht sein Nutzen vermehrten. Das ist unmöglich, aber es gibt etwas anderes. Dieser Name Al-Wadud kommt im Koran zweimal vor. Einmal in Verbindung mit Al-Rafur und einmal mit Ar-Rahim. Mit dem Barmherzigen und mit dem Verzeihenden. Es ist immer gekoppelt mit Verzeihung und mit Barmherzigkeit. Wir Menschen, wir sind die Schöpfung, der Allah überhaupt verzeihen kann. Weil wir Sünden begehen. Ein Stein kann das nicht, ein Baum kann das nicht, ein Tier nicht, ein Engel nicht, nichts außerhalb davon. Wir sind das quasi. Wir sind die Schöpfung, der Allah Barmherzigkeit zeigen kann. Und Allah sagt im Koran, Außer demjenigen, dem Allah barmherzig ist und darum hat er sie erschaffen. Er zeigt ihnen Barmherzigkeit. Wir sind quasi die Schöpfung, denen er Barmherzigkeit zeigen kann. Wir können überhaupt erst Sünden begehen. Einem Stein könnte Allah nicht barmherzig sein, weil ein Stein keine Sünden begehen kann. Ein Engel auch nicht, er kann das von seiner Natur nicht. Aber wir können das. Und jetzt nimm beides zusammen. Wenn er dich liebt, dann will er dir nicht dieses wertlose Zeug in dieser Welt geben. Das ist kein Zeichen dafür. Das kann auch sein, manchmal auch macht er das, weil es eine Freude ist für seine Diener und manchmal gibt er ihnen das. Aber das ist nicht der Kern von dieser Sache, weil das gibt er auch vielen anderen. Also diese ganzen Dinge in dieser Welt, die verteilt er so wahllos über den Planeten. Wenn er dich liebt, dann möchte er dich in die höchsten Stufen des Paradieses bringen. Das ist Zeichen von Allahs Liebe. Aber wie kommst du dahin? Durch Schwierigkeiten, durch Härte und durch Prüfungen. Das ist der Weg dahin. Hier in dieser Welt kann man alles Mögliche durchmachen. Und das sind auch harte Zeiten und die sind manchmal nicht leicht. Aber was, wenn Allah dir einfach die höchste Stufe geben will und das ist der Weg dahin? Es gibt das nicht gratis. Aber er sagt ja, okay, ich nehme einen Preis von dir. Das ist die Leichtigkeit in dieser Welt. Und dafür kaufst du dir die höchste Stufe im Paradies. Das ist ein Zeichen für Allahs Liebe. Diese Gläubigen, denen das passiert ist, Allah hat sie geliebt. Nicht ohne weiteres erwähnt er sie jetzt in seinem Koran und er hat sie quasi dort verewigt. Er hat sie geliebt. Und vielleicht war das ihr Weg zu den höchsten Stufen im Paradies. Ihr Weg, um alle ihre Sünden auszugleichen und zu löschen. Wahubalarafodolwadud. Er ist der Allvergebene und der Liebevolle. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde er Unterstützer der DIN Academy. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Glocke. Glocke.